Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, begrüßt euch zum Eurotrack Simulator 2 und heute mal mit einer Themen-Tour, wie früher, habe ich mir ein Thema ausgesucht und darum geht es. Ihr habt es wahrscheinlich schon in der Videobeschreibung gesehen, um den Eurotrack Simulator oder den amerikanischen Tracksimulator. Was wollt ihr auf jeden Fall mehr sehen? Und das soll heute hier das Thema sein. Und jetzt werde ich mit den DAF, mit den Maximus Farben, mal eine kleine Runde fahren. Wir werden erstmal die Fracht abholen. Ja, wie gewohnt, ich bin jetzt hier in Norwegen und ja, wie gesagt, äh, öh, was ist denn hier los? Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen mit der Steuerung. Ich gebe hier einfach zu viel Gas. Auf jeden Fall ist das Thema, wie schon angekündigt, was wollt ihr auf jeden Fall mehr sehen, ne? Und da könnt ihr wie gewohnt oben wieder abstimmen. ETS oder Eurotrack Simulator. Nicht so schnell, sonst... Nein! Ich fahre doch gar nicht so schnell. Was ist denn da los? Und ja, klar ist der ATS jetzt neu. Immer noch neu, ja, gegenüber dem ETS. Kann man ja durchaus sagen, dass das, äh, doch ziemlich neu ist. Und, ähm, ja, da wird es auch die nächste Zeit auch eine Erweiterung geben. Arizona. Auch hier im ETS soll es ja weitergehen, ne? Ne? Südfrankreich DLC soll ja kommen mit dem neuen LKW die nächsten Wochen. Und das bedeutet auf jeden Fall, hier geht es jedenfalls immer noch weiter mit diesem Spiel, mit ETS. Und dann fragt man sich trotzdem, auch wenn das Spiel schon über drei Jahre alt ist, wollt ihr trotzdem, oder viele von euch, mehr den ETS sehen. Das sehe ich ja auch auf den Aufrufzahlen, dass, äh, ja, ETS immer noch voll bei euch im vordersten Front liegt. Und wir werden erstmal hier die Fracht aufnehmen. Da habe ich was Schönes ausgesucht. Eine schöne Tour, weil ich möchte auch hier noch weitermachen mit der Themen-Tour. Und ich habe mir diesen Container ausgesucht. Ja, wir müssen ja mal einen Container fahren, ne? So, da ist er. Weil ich möchte ja auf eure Fragen natürlich eingehen oder auf eure Wünsche, besser gesagt, ne? Weil es bringt ja keinem was, wenn ich Spiele beringe, auch wenn ich die vielleicht gerne spiele. Ja, es gibt ja diverse Spiele, die ich ja ab und zu gerne mal für mich selber spiele, aber wo die Leute das einfach nicht sehen möchten, ne? Das ist halt, ähm, ich bin eben sehr, sehr geprägt von Simulationsspielen. Und wenn ich dann halt mal irgendein Strategiespiel bringe oder was anderes, dann, ja, dann ist das bei euch nicht ganz so der Favorite, ne? Wo ihr sagt, ja, das gucken wir uns einfach mal an, ne? So, wir werden aber jetzt hier einen kleinen Kreis machen, weil ich möchte auch hier in Norwegen oder überhaupt im Spiel viele, viele Sachen hier erstmal abfahren. Um endlich auch mal nicht vielleicht die 100% zu erreichen, aber in der Nähe. Wir können ja mal auf die Karte gehen. Ich habe 62%, also bei den Spielen möchte ich schon mal bei 80% sein. Wird auch nach und nach jetzt einige Sachen hier abfahren. Und das bedeutet, wenn ihr auf jeden Fall mehr ETS sehen möchtet, da habe ich ja auch schon im Vorfeld mal eine Umfrage gemacht, Euro Coach Simulator ist natürlich der ETS, ne? Nur mit Bussen und es sieht danach aus, dass, äh, eine Großteil der Leute nach Brasilien möchte. Da bin ich auch noch am Überlegen, wie ich das mache, ob es dann auch so wie so eine Sonntagstour wird, aber dann unter der Woche, könnt ihr ja mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr davon haltet, wenn wir das vielleicht irgendwo dann unter der Woche machen, dass ihr nicht immer so lange warten müsst, bis Sonntag ist und ich dann die TSM-Map 6.2 dann fahre. Aber, äh, das ist ja, viele freuen sich natürlich immer auf die Sonntagstour. Und, ja, wie gesagt, ne? Da wäre ich mir auf jeden Fall, wenn ETS dann so kommt, also ich habe da so die Überlegung, dass ich, ähm, entweder Hashtag, oder ich weiß noch nicht, wie ich das unbedingt mache, bei der Umfrage ETS, ATS oder beidesgleich viel, ja, dann möchte ich eigentlich immer so in der Woche drei Videos von jeder Fraktion zeigen. Das wäre dann quasi das, ähm, das Gleiche, ja, gleich aufgeteilt. Und es gibt genug Themen, ja. Ihr könnt auch unten in den Kommentaren reinschreiben, wenn ich hier sowas machen soll, wie Themen-Tour etc., dass ihr diverse Sachen unten in den Kommentaren mal reinschreibt, was ich vielleicht mal ansprechen kann. wie ich zu gewissen Sachen stehe, weil ich habe noch eine andere Idee als Themen-Tour oder ein anderes Thema. Aber das, äh, kommt den Laufe der Woche, weil die Tour werden wir hier nicht, ähm, ja, mit einem Ruck zu Ende bringen. Aber es sieht doch herrlich aus, ne? Sieht das nicht schön aus hier? Schön in den Bergen. Ah, wirklich eine schöne Karte. Muss ich auch sagen, wenn denn wirklich, ähm, Südfrankreich denn kommt, ist auf jeden Fall eins, ähm, ja, sicher, dass die dann halt, äh, die bestehende Karte im Bereich Paris ummodellieren. So wie hier das Skandinavien-DLC, dass die Städte halt ein bisschen größer sind. Das werden auch die Leute mitbekommen, die das DLC nicht kaufen. Äh, für die wird das auch alles umgeändert. Des Weiteren wollen die ja an den Reifen noch ein bisschen was machen. Also, dass man noch ein bisschen was rummodellieren kann und rumbauen, äh, andere Schrauben, etc., alles so reinbauen. Und ich bin auch am überlegen, wenn ich sowas mache wie eine Thementour, dass ich dann meine Standard-Lkw nehme aus dem Spiel, mit dem Standard, ja, Lackierung ist eigentlich die Lackierung für die Multiplayer. Da wird es auf jeden Fall auch noch mal irgendwas geben diesbezüglich Multiplayer. Da werde ich es auch noch mal im Video machen. Wäre auch noch mal zum Thema, wie das alles abläuft. Aber jetzt lasst uns einfach mal, oder lasst, ja, genau, lasst uns einfach mal die Tour hier gemütlich fahren. Dann werden wir mal sehen, ob wir hier nicht großartig Probleme haben. Naja, Blitzikurs war ja schon wieder. Irgendwie habe ich immer das, äh, Glück, Glück zu werden. Warte mal, ich werde mal Tempomat mal runter machen. Auf 70. Wir wollen ja halbwegs normal fahren. Das sind halt immer so eine Fragen, ne, an euch. Weil ich möchte ja nicht nur für mich einfach nur ein bisschen Content bringen, ich möchte ja eure, ja, Wünsche auch so ein bisschen befriedigen. Und Sachen, die unten in den Kommentaren auch immer wieder angeschrieben werden, auch mit einfließen lassen. Zum Beispiel kam auch mal eine Frage, dass meine Playlists, äh, scheiße sind. Da muss ich eins sagen, kann durchaus möglich sein, weil wenn man eine Playlist anlegt, dann, ähm, macht da YouTube so den Normalbereich. Ähm, ich arbeite manchmal Videos vor und dann wird halt das andere Video schneller hochgeladen als das andere. Das muss ich dann manchmal umändern. dann vergisst man das und dann macht YouTube wieder irgendwelchen Rotz. Und, äh, die Playlists, die auf jeden Fall vorne auf YouTube bei meiner Startseite sind, die sind auf definitiv, äh, immer die letzten, die ich hochgeladen habe. wenn ich jetzt, äh, zum Beispiel, sagen wir mal, ich hab Bantico gespielt. Hab da extra eine Playlist gemacht und wär ja natürlich blöd, wenn immer wir das erste Video auf der Startseite zu sehen ist. Klar, für diejenigen, die dann irgendwann mal komplett das alles durchgucken möchten, ist das halt ein bisschen blöd. die sich dann freuen, aha, wir machen jetzt, gucken uns jetzt einfach mal die ganzen Videos an. Aber, ach, ich dachte, jetzt krieg ich hier eine Strafe. Aber für diejenigen, die dann, ähm, immer wieder auf den Kanal raufgucken und sagen, aha, was gibt's da Neues, die sehen dann auf ersten Blick, aha, es sind neue Videos und ich möchte nicht monatelang immer das gleiche Video an erster Stelle zu haben, ja, das, ähm, müsst ihr auch irgendwo verstehen. Ich werde natürlich, wenn so eine Sachen wie Bantico, die fliegen dann irgendwann mal aus meinem, ja, YouTube-Profil dann raus vorne und dann, wenn ich sie vergesse, dann werde ich die natürlich ändern. Dann müsst ihr aber auch dann konkret sagen, welche Playlist ich dann eventuell umbauen sollte, ne, so. Fahren wir mal schön hier möglich rum. Uh. Kommen wir rum, ja, kommen wir rum. So. 60 dürfen wir nur fahren. Meine Güte, ich fahre hier durch die Berge, das ist ja voll der Sauerstoffmangel. Oh, haben wir mal Tempomat wieder auf 60 machen. Wir dürfen hier nur 60 fahren. Oh. Na, heiliges Kanonenrohr. Jetzt fahren wir aber gleich mal raus hier. Ach, herrlich. Wenn man sowas sieht, dann sagt man sich, das Spiel ist geil. So wünsche ich mir in Zukunft eigentlich alle Simulationen Spiele, dass die alten Bereich-Simulationen so hübsch aussehen. und nicht so, naja, mehr schlecht als recht, ne, dargestellt werden. Wir fahren trotzdem 60 hier, ist, äh, langsam, fahren doch besser. Wir haben draußen ganz schön Wind. Jetzt muss ich hier in den Berg hoch. Ja, dann werde ich, äh, auf jeden Fall in Norwegen, will ich jetzt mal komplett ein bisschen abfahren. Oder Skandinavien. Da hätte ich auch wieder mal Regionen, die ich auch gar nicht so gesehen habe, ne, das sind ja wirklich einige Regionen, die ich hier oben in Skandinavien, viele, die haben wahrscheinlich alles schon abgefahren und haben das wahrscheinlich schon auf 100 Prozent, et cetera. Aber, ganz ehrlich, ähm, wo soll ich da die Zeit nehmen, ne? Das könnte man dann höchstens in so einen Stream denn mal machen. Aber das soll ja doch mal ein anderes Thema sein. Dieses Streamen auf Steam hier. So, der Bumat rein. Ne, der will nicht rein. Ich fahr noch zu langsam. Ja, ich fahr noch zu langsam. da will er ein Tempomati reinmachen. Dann fahren wir. Ach, schön. Ach, das gefällt mir doch wieder. Da unten die Brücke. Ja, 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 ja. Gucken wir mal ein bisschen hier rüber. Ich hab ja auch mal gefragt, ob ihr den Spiegel irgendwie an der Seite sehen wollt, oder dass ich hier ab und zu hier so mal rüber gucke. Dann passiert halt ein bisschen was, ne? so wie jetzt, ne, dass ich halt ein bisschen vom Weg abkomme. Aber es ist schön. Aber nicht viel los hier auf der Straße. Bisschen ruhiger geworden. Aber ich bin ja gespannt, wenn ja wirklich der Steam Workshop dann kommt. Dann können wir uns gemütlich Mods runterladen. und ich werde trotzdem die ein oder anderen dann erstmal für mich behalten und, die standardmäßig hier hochladen. Ich denke mal, das wird so eine gute Mischung werden. Gerade wenn man, ja, vielleicht so eine Physik Mods reinmacht, dann weiß man, aha, die werden immer aktualisiert. Oder hier die TSM Map. Da brauchen wir sich keine Gedanken machen. Die wird dann immer wieder aktualisiert. Oder sonstige Maps. Oder wenn man gerade jetzt für ein LKW, was sich geholt hat, irgendwelche Anbauteile, dass man, wie gesagt, sich nie wieder irgendwelche Gedanken macht. Hoffentlich wird dann mein Lieblings Mod-Hersteller bezüglich der ganzen Pakete da auch ein bisschen was machen im Steam Workshop. Dann hole ich mir die von Jazzy Cat und dann ist da alles in Butter. Dann brauche ich mir diesbezüglich um Frachten und sonstige Sachen auch keine Gedanken mehr machen. Werde sie aber trotzdem mir immer wieder vorstellen. Wenn dann halt irgendwas Besonderes kommt. Jetzt aber rüber. Ei, 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 ei. Bisschen schnell gefahren, ne? Es gibt Ärger mit Mutter. Schön. Wir gucken mal auf die Map, wie weit ich bin. Oh, oh, oh. Das ist aber wirklich eine lange Tour noch. Hier bin ich zum Beispiel auch noch nicht lang gefahren. Warte mal, wenn ich das hier oben anklicke. Doch, da bin ich schon mal lang gefahren. Dann würden wir nämlich hier mal lang fahren. Das bedeutet natürlich, dass wir dass wir nicht pünktlich werden. Und hier lang. Da bin ich auch noch nicht lang gefahren. Ne, das machen wir weg. Okay, wir probieren mal bis zu dieser Tankstelle. Bis zu die hier. Ne, bis zu der hier werden wir hinfahren. Genau, bis zu der werden wir hinfahren. Und dann, weil wir haben heute den sechsten dritten. Das muss ich alles noch rendern und dann hochladen. Und ja, ihr wisst ja. Kommt auf jeden Fall da noch eine Themen-Tour dazu. Oh, oh, oh. Ui, ui, ui. Das kommt auf jeden Fall noch. Die werde ich dann im Zuge also heute noch hochladen. Und dann halten wir hier erstmal an mit dem schönen Truck. So. Motor aus. Gucken wir mal raus. Ja, wie gesagt, ne. Ich habe euch gefragt, was wollt ihr mehr sehen? ETS oder halt ATS oder halt beides gleich? Vielen. Ihr könnt ja auch unten dann reinschreiben, in wie viele Videos überhaupt. Das wäre vielleicht auch noch so ein Thema, wie viele Videos als sogenannte Themen-Tour. Weil ich möchte die ganze Tour komplett vollknallen mit Themen, die mir die letzten Tage, Wochen und so ja, auf der Seele brennen, die ich mit euch natürlich auch hier abhandeln. Und wenn man gerade so ein Feature hat, hier auf YouTube diese Abstimmung und ihr dann quasi so Ort mit abstimmen könnt, um halt ein schnelleres Feedback von euch zu bekommen und nicht einfach jedes Kommentar zu oder durchzuzählen, ne. Ist das halt so ganz einfach. So, das soll es dann aber gewesen sein. Wir machen jetzt erstmal hier einen Fisch. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Abstimmung, auf eure Kommentare, sonstige Sachen und mit den Worten macht der Maximus einen Fisch, haut rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.